So Leute, ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge von F1 2020, von unserer Mega-Season, passend jedes Wochenende zur originalen Formel 1. Gestern, oder nein, besser gesagt am Samstag und World Fan, konnten wir uns auch schon mal ein Bild davon machen. Abonniert gerne mal den Channel kostenlos und gebt uns auch gerne einen Daumen hier oben. Vielen Dank schon mal, meine Freunde. Schaut euch gerne auf Social Media vorbei, Instagram, Twitter, alles unten in der Bio. Hier haben wir den Soccer de Catalunya, Barcelona, drei Sektoren natürlich und zwei DS-Zonen. Eine mega coole Strecke, 16 Kurven und mehr Infos dazu habe ich gestern in der F1 2020 Hotlab von mir gegeben. Alle wichtigen Punkte und so weiter. Ist alles in der Hotlab drin, das wollte ich auch noch ansprechen. Und das Qualifying zu diesem Rennen gab es am Samstag auch ausführlich, was im Training und Qualifying passiert ist. Dankeschön, schaut gerne vorbei, oben rechts natürlich verlinkt. Also ich bin natürlich ein gewichter Fuchs. Wir haben uns auf zwei eigentlich qualifiziert. Ja, und das Problem ist halt, ich habe es überspeichert. Das bedeutet, wir werden random starten. Wir haben uns das Spiel starten. Und das ist leider P5. Das ist nicht so schön, unser Teamkollege. Ich starte genau vor uns, das heißt zwei Plätze vor uns. Aber ich werde trotzdem alles geben, um die unzähmbaren Mercedes zu zähmen. Hier haben wir nochmal die Spanien-Flagge. Und würde mich wirklich freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Nächste Woche, Montag wird alles neu hier sein auf diesem Channel. Also seid da schon mal gespannt. Hamilton und Leclerc. Wir wären eigentlich auf zwei gewesen, aber das ist natürlich schade. Letzter, Vettel, dann Albon, Bottas, dann wir, Perez, Ocon. Dann auf neun haben wir Magnussen und Ricciardo, Norris und Grosjean, Sainz und Stroll und Russell, Latifi, Quiat, Kimi, Giovenazzi, Gasly. Und das war es schon, weil morgen am Mittwoch kaum wieder die My Team Seasons schaut da wirklich auch gerne vorbei. Wir sind da mit einem richtig, richtigen Shit-Auto ziemlich gut unterwegs. Also ich bin da wirklich sehr, sehr stolz, muss ich sagen, auf uns. Ein bisschen mehr Benzin, wir müssen uns nach vorne pushen. Ja, und auch natürlich muss ich hier ein neues Setup, also das Setup überhaupt nochmal einstellen. Das Ding ist halt, mein Auto fühlt sich immer so, ich habe keine Probleme mit der Traktion. Die Autos sind immer so blochig, muss ich sagen, also es lässt sich fast nicht steuern. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Vielleicht wisst ihr, was mein Problem ist, aber jetzt mal die fünf Runden liegt. Es ist so starr beim Lenken. Ich gebe da auch immer den vorderen Differenzial runter und auch Aero runter und alles, aber das ist wirklich so starr. Wir hatten einen sehr, sehr guten Start, sind hier direkt im Windschatten unseres Teamkollegen und jetzt ein bisschen im Sandwich von uns aus, also von der Autoperspektive links, Bottas, rechts, Albon und wir haben das Glück bei der Einer verbremst sich, Albon steckt zurück und wir kommen hier als großartiges Sieger des Starts raus mit zwei Plätzen gleich mal gut gemacht. Jetzt haben wir so die Lone-Ferrari vor uns und natürlich den übermächtigsten Fahrer im Fahrerfeld, Hamilton. Auch wieder gestern mit einer Mega-Lehrstung. Wir hatten natürlich auch wie im Titel schon besprochen. Oh, Brotas sticht ja sogar schon noch rein, aber er hat auch ein gutes Auto. Also werden wir auch ein bisschen über das Rennen von gestern quatschen, falls ihr das sehen wollt, ab Minute, ich glaube, sechs oder neun oder so. Ich schreibe es euch unten rein, da wird es nur um den Talk für zwei, drei Minuten gehen. Also schaut da gerne vorbei, spult nach vorne, wenn ihr das jetzt nicht sehen wollt, wie das Rennen vorbeigeht. Das ist auf jeden Fall daunt. Ich hatte bei dem Rennen wirklich nur zwei Respawns und das waren auch wirklich nur so Crap-Respons, weil ich in der ersten Kurve zum Beispiel, das ist der eine Respawn, wo ich in der ersten Kurve innen über diesen Kerb drüber gefahren bin und mich dann weggetreten habe und den Reifen verloren habe. Also das sind so Crap. Und hier der erste Überholer, Leclerc, lässt uns hier durch. Das kennen wir anders von ihm, aber er weiß natürlich auch, die Ferraris sind halt einfach eine Macht. Ich dachte mir auch Verstappen, weil der in letzter Zeit einfach so eine mega Leistung abliefert. Wirklich mit den stumpfen Waffen, die der hat, ist er einfach fast eine eigene Liga. Ich meine, die Mercedes, die zwei sind fast eine eigene Liga und dahinter kommt ihnen eigentlich auch keiner nach, weil die Ferrari zu langsam sind, die Renault, die McLaren, die Anfang so, so stark ausgesehen haben, sind auch so langsam, das ist natürlich alles nicht schön. Ja, die Red Bull, der zweite Red Bull ist natürlich auch eher, ich meine, ich bin ein Fan von Albon, er macht seinen Job richtig gut, aber ja, wie gesagt, ich meine, an diesem Jahrhunderttalent, an Verstappen, da kommst du nicht so einfach dran, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er ist ein eigenes Haus, mal Verstappen. Und das weiß jeder im Feld. Hier, unser Teamkollege hat hier gestartet und wie gesagt, hier sehen wir uns, oh mein Gott, hier dieser Zurückzucker, aber er hat sich im Windschatten schön hier an Leclerc dran gesaugt. Vettel hat in den besseren Start, auch Vettel gestern das bessere Rennen. Ach, wir haben uns hier berührt, okay. Das ist mir aber gar nicht mal aufgefallen, also hier auch gegen Leclerc, der uns hier wirklich wunderbar den Platz lässt. Er hat sich hier verbremst, aber der hat sich auch vorher schon verbremst. Gut, wir sind drauf und dran, die schnellste Rennrunde zu fahren, dritte, nein, zweite Runde. Und es gibt leider noch kein DS, das bedeutet, wir müssen uns hier grün am letzten Sekt, aber das ist diese letzte Schikane, ihr wisst das, ich hab's gestern noch gesagt. Die letzte Schikane ist eine Shit, wirklich, ein richtiger Fuckpoint. Und hier bin ich auch schon mal leicht aufgesessen, man sollte wirklich links innen den Körper meiden, aber wenn man die erste Kurve Ticken zu spielbremst, dann passiert halt das, dass man links über diesen Körper fahren muss. Mir ist das nicht oft passiert. Und ihr habt es auch meistens, habe ich es drin gelassen, wenn ich mich hier fast weggetreten hätte. Aber ja, das ein oder andere, ich meine, wenn ich in die One-Found den Treffen verliere, muss ich natürlich respawnen. Das ist klar. Vettel hier, wunderbar vor uns. Der wird auch uns immer im Spiegel, also wir werden in seinem Spiegel immer stretchter wahrscheinlich, immer größer und breiter und bald sieht er dann uns komplett. Vettel überhaupt nicht in absoluter Top von dieses Jahr. Also wirklich, Vettel, der ist alles andere als gut in diesem Jahr. Der wird permanent von seinem Teamkollegen irgendwie geroastet. Und jetzt reicht's mir mit dem Messer zwischen den 10en, geht's ja rein. Ja, da fehlt ein kleines Flügelteilchen. Gebt euch eine Verwarnung, aber mir war das so egal. Ich meine, der hält mich hier schon vier Runden auf. Schaut euch mal den Vorsprung von Hamilton an. Drei fucking Sekunden auf Lewis Hamilton. Das hätte ich, jo, nicht geglaubt, dass der so schnell ist. Und ich meine, wir fahren nur auf 96 hier. Das ist nicht die schwierigste. In der Karriere fahren wir auf 98 und da sind wir teilweise zu schnell für die Karriere. Und hier, also der Unterschied ist auf jeden Fall da. Die Sekunde, die schneller sind, in Wirklichkeit ist auch im Game hier vollkommen da. Die fahren so mega schnell, diese Autos. Auch Bottas hängt ein bisschen hinter Leclerc fest. Die haben wir Gott sei Dank schnell vorbeigebracht. Vettel dann noch hinter uns jetzt auch eine Sekunde. Und ja, wir sind wieder so ein bisschen die eigene Liga, außer dass Bottas vorne fehlt. Weil der so ein bisschen hinter Leclerc festhängt. Und ja, Vettel, äh, Leclerc wieder, nein, Leclerc, ja, heilt einfach alles auf. Hier haben wir nochmal den Überholer gegen Bottas. Ja, ich meine, es war, es war schon grenzwertig, muss ich sagen. Ich dachte mir, es geht genauso gut wie bei Leclerc. Aber Vettel hat da ein bisschen, ja, seine Finger, also seine Dings zeigt. Das ist natürlich schade. Aber jetzt kommt so ein bisschen das gestrige Rennen. Also Minute 7.54. Es beginnt ja alles eigentlich mit einem sehr, sehr guten Start von Hamilton. Mit einem, ja, schlechten Start von Bottas. Der wurde gleich mal von Verstappen kassiert. Und auch von Stroll, der einen mega guten Start hat. Hier sehen wir gerade Perez, der attackiert. Aber der hat es nicht geschafft. Und dann ein, zwei Runden später hat er noch Bottas geschafft, Stroll zurückzuverholen. Da war eigentlich auch schon, das war eigentlich schon der Anfang vom Ende, muss man sagen. Der Start war der Anfang vom Ende. Dann Verstappen mit einem, ja, früheren Boxenstopp. Da hat Mercedes nicht drauf reagiert. Das war nochmal Schwierigkeit 2. Mit einem mega guten Stopp von 1,9 bei Verstappen. Und dann auch Leclerc. Er hat richtig, richtig hart gefightet hier mit Sainz. Aber, ja, alles vergebens. Irgendwann dann mitten während dem Rennen. Also er hat wirklich, in jeder Stelle wollte er überholen. Norris dann auch noch mit Sainz hat er gefightet. Und, ja, dann hat es ihn weggedreht in der letzten, also in der Kurve 15. 14, 15 hat es ihn weggedreht. Da war der Motor aus. Dann ist er nur mit dem Elektromotor in die Box gefahren. Hat sich schon den Gurt abgeschnallt. Wollte raussteigen. Ist dann noch in die Box gefahren. Da sind ihn gut wieder anschnallen. Aber dann ging einfach nichts mehr. Schade, schade. Der bessere Ferrari dann draußen. Aber dann kam so ein bisschen die Glanzstunde von Vettler. Er wurde zwar von, er war P5, weil er nur einen Stopp gemacht hat. Wurde dann von ein, zwei Leuten überholt. Aber, ich meine, was das bedeutet für ihn mal. Er ist Ende 7. geworden. Und das ist schon eine mega Leistung. Er hat auch die 3000 Karrierepunkte geschafft. Die, außer ihm im Fahrerfeld, nur Hamilton hat. Für Start-Move 2 mit 44 Sekunden Rückstand auf, also Bottas mit 44 Rückstand auf Hamilton. Der hat nämlich noch einen Safe-Stop zum Schluss gemacht. Dann bei der pinke Stroll für Perez. Also auch interessant in der ganzen Vettel-Stroll-Perez-Geschichte. Wer nächstes Jahr das Cockpit bekommt. Dann Sands Vettel. Mega. Ich finde es super für ihn. Auch mal wieder 6 Punkte. Alba noch sehr, sehr gut. Und konnte die sich da leider nicht beweisen, weil er zu früh in die Box kam. Gasly Norris auch mega gut. Ich meine, Norris ein bisschen enttäuscht. Ich meine, der hatte den dritten Platz. Und jetzt eher nur noch, ja, alle bis auf die ersten drei waren eine Runde hinten. Und das zeigt schon mal, wie mächtig die Dominanz von Mercedes und auch von Verstappen ist. Also die drei fahren in der eigenen Liga. Wir fahren auch jetzt in die Box. Hamilton war schon ein, zwei Runden vorher. Ich dachte mir, ich mache so einen Overcut. Hat nicht funktioniert. 17 Sekunden. Also wir werden auf jeden Fall vor Leclerc bleiben. 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 Aber werden leider hinter Hamilton zurückgewinkt werden. Das waren ein bisschen behindert. Also die Strategie war nicht gerade die von dem Hellsten. Also ich wäre jetzt nicht gerade der Strategiechef. Das war nicht gut. Also ich hätte da mitdenken müssen, dass, wie ich gesehen habe, dass nach der ersten Runde Hamilton so ein Ticken schnell ist wie ich. Und er war ja auch zwei Sekunden vorne. Da hätte ich ein bisschen mitdenken müssen. Das war so ein bisschen, ja nicht. Das war super optimal. Aber ich möchte natürlich nochmal alles geben. Werde auch nochmal alles geben. Wird schwierig werden. Wir haben es auch gemerkt. Wir sind kaum bis auf unter 1,5 dran gekommen. Also der ist hier so mega schnell. Wir haben es auch im letzten Rhein mit Bottas gemerkt. Wir konnten ihn nur besiegen, weil wir ihn so ein bisschen früher in den Stop gezwungen haben. Falls ihr das nicht gesehen habt, er ist in der Playlist oben rechts drin. Wir konnten ihn da wirklich nur besiegen, weil wir ihn so ein bisschen in die Box gezwängt haben, mit der Strategie zu wechseln. Dann ist ein bisschen Verkehr festgehinkt und dann konnten wir überholen. Aber ja, das war jetzt leider nicht der Fall. Wir sind ja ein Ticken schlechter. Ich dachte mir, wir verstoppen, weil er so eine gute Leistung letztes Mal geliefert hat. Aber da hat er wirklich alles rausgeholt aus dem Auto. Aber ich meine, ja, wir kennen es auch bei 50% Rennen. Da ist halt einfach wirklich alles ein bisschen anders. Und ja, wir sind hier zwar dran mit der schnellsten Rennung auf 1,5. Wir waren sogar auf unter einer Sekunde. Aber schaut mal, wie der wegzieht. Es ist nicht normal, Mann. Dieser scheiß Mercedes, wie gut der ist. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich hätte wirklich gern mitgeredet. Wir sind zwar Zweiter. Und ich meine, wenn Bottas lechler überholt, hätten wir auch den Win von gestern. Aber ja, das wird nichts mehr. Und letzte Kurve. Leclerc hat sich da ein bisschen von Bottas abgesetzt. Also das wird, glaube ich, nichts mehr, dass Leclerc da Bottas überholt. Das heißt, wir bekommen knapp nicht das Ergebnis von gestern. Also wir haben es zwar geschafft. Wir haben unseren Job abgeliefert auf 2. Wir werden noch nicht mehr drankommen. Das ist, jetzt ist wieder auf 2 Sekunden angekommen. Ich musste auch mit dem Benzin ein bisschen runtergehen. Aber da geht wirklich nichts mehr. Ich frage auch, was geht auf letzte Rille. Auch wenn ich hier, ja, es ist schade, schade, schade. Wirklich, ich hätte gern den ersten Platz gehabt. Aber wie gesagt, wir fahren ja das Eno-Just-Verfahren. Und ich möchte wirklich jedes Wochenende mit jemand anderem fahren. Vielleicht fahren wir dann nächstes Mal mit Hamilton in Belgien. Ich finde Belgien eine super Strecke. Die ist echt genial. Lässt sich gut fahren in 2 Wochen dann. Und die Hotlab aus Belgien wird auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend werden. Aber noch spannender wird Mugello und Imola. Ich weiß noch nicht genau, wo ich Imola fahren werde. Weil ich, ich glaube, das letzte Mal Imola auf F1 2013 hatte. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Grafik noch von heute ist. Imola fast in keinem Rennspiel drin. Ich muss mal gucken. Vielleicht habe ich es in R-Faktor 2. Nein, nicht in R-Faktor 1. Keine Ahnung, wie das Spiel hat. Noch R-Faktor. Nein, nicht R-Faktor. Irgendein Zweier. Das habe ich schon einmal gebracht. Muss ich mal gucken. Ich gucke mal eine Rennspiele durch. Jetzt geht es mal über die Ziellinie. Zwei Sekunden trennen uns hier von Hamilton. 2,1 um genau zu sein. Wir holen uns zwar die schnellste Rennrunde, aber Hamilton gewinnt das Ganze. Hier eins und dann zwei. Ich habe gesagt, gut, hat eine Strafe. Aber das ist leider alles. Lancy Boy ist halt Drive of Today geworden. Gut für ihn. Wie gesagt, Mittwoch geht es dann mit meinem Team weiter. Und Freitag auch. Also schaut auch gerne vorbei. Vielleicht auch Sonntag, weil am Sonntag wird auch MotoGP kommen. Und am Samstag, ich habe eigentlich geplant, zweimal MotoGP. Weil dann kommen wir mit dem Kalender ein bisschen schneller voran. Weil dann in Belgien, wenn dann wieder Formel 1 ist, dann kommen wieder zwei, drei Rennen hintereinander. Und dann kommt eh wieder fast kein MotoGP. Also vielleicht kommt diese Woche zweimal. Vielleicht Freitag oder Samstag auch nochmal. Seid da gespannt. Landon Norris in Österreich wird auch dieses Wochenende wieder gefahren. Also ja, am Sonntag halt. Und ja, gestern war er schon mal. Und am Sonntag jetzt wird wieder gefahren. Das wird mega spannend. Und ja, kann sich freuen, Hamilton. Ist ein gutes Rennen gefahren. Wir hatten wirklich keine Chance. Also er war einfach, he was too fast. He was. Too fast. Wirklich. Er war einfach viel, viel zu schnell. Ich hoffe, wir können ihn in unserer MyTeam-Karriere am Mittwoch zeigen, wo der Battle den Most hält. Aber es ist seine Hut. Es ist Großbritannien. Wird mega schwierig, den Win zu holen. Also ja, schade, 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 schade. Es gibt noch ein paar EP-Punkte drauf hier. Ja, ich bin da auch immer ein Fan davon, wenn man die sieht. Die haben mitgebracht und mein Team werden ein bisschen wieder lower sein wie die hier, weil das ein Rennen ein bisschen neu ist. Hier haben wir nochmal die Race-Highlights. Und wie gesagt, das Rennen gestern war sehr, sehr spannend. Und ich würde mich wirklich freuen, dass ihr unseren Kanal supportet. Auch wenn sich ein bisschen was ändert hier, abonniert gerne den Channel kostenlos. Und seid gespannt, was sich alles ändert. Ich würde es freuen, wenn ihr weiterhin Teil von uns bleiben würdet. Danke an den Abonnenten, der gestern abonniert hat. Schaut auch gerne auf Instagram und Studio vorbei. Da sind wir knapp an den 500 dran. Also schaut gerne vorbei. Dankeschön. Für heute war es das mal. Wir sehen uns dann, denke ich mal, vielleicht nochmal später bei Champions League. Oder dann morgen bei einer Reaction. Was auch immer, auf was auch immer wir reackten. Oder halt dann am Mittwoch wieder bei meinem Team. Dankeschön fürs Zugehören. Ich hoffe, euch hat meine Recaption ein bisschen gefallen. Dankeschön, bis morgen und bis später und ciao. Bis zum nächsten Mal.